Willkommen zurück zu dem Let's Play Swordered Online A Re-Holo-Fragment Im letzten Part haben wir Strea noch eine getroffen, die jetzt irgendwie total random aufgetaucht ist Und irgendwie mit uns befreundet sein will und total Fan von uns ist und uns ist findet Und jetzt taucht noch eine Person auf und ich will eigentlich was komplett anderes machen Aber hey, es ist der Anfang eines Spiels Ah, 75-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song-Song Ich glaube, das war etwas, was ich dachte, das war etwas. Ich bin nicht nur eine Person, weil ich es nicht so weit ist, dass ich nicht so weit bin. You don't really mind when the others are around either, do you? Na, so, aber... Besides, Argo, you know that once you reach this floor, the other floors are... Ah, ich kann nicht zurück, oder? Right, I guess it's a bit late to ask, if that's okay with you. Naani... I guess it's a bit late to ask, if that's okay with you. Well, I'm glad to hear you'll keep collecting information for me. Oh, right, I have something for you, right off the bed. This is a map-data, oder? Ich danke dir. Was die... ...I don't want any money for the maps. I've said that before, haven't I? ...I don't want any money for the maps. Don't think of it as a debt to be repaid. Okay, so, ich danke dir, auch. You got it. Take care of yourself, Argo. Wenn ich nicht sagen kann, dann kann ich nicht sagen. Das ist gut. Oh, es ist ein Message von Lisbeth. Hm, let's see. All sorts of things I want to try out. So, she's got herself another shop. I guess I'll go pay her a visit. But now I'd like to be able to move myself. But it's good to know that this is the Teleporter. The new Smitty. Hit the source. Lis has just opened a brand new Smitty in Trenda's way. So check it out. Okay. Okay. Oh, my God. 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 What? I know. Thank you. So, I'll... Das ist schon mal sehr gut zu... Boah, ich kann mich hier aber auch verlaufen. Was... Wohin gehen jetzt die anderen Wege? Das ist der Tim Pottschner. Das ist schön. Aber jetzt gibt's noch... Keine Ahnung. Was ist das hier? Ich werd mich hier irgendwie total verirren. Was? So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Alter, ich werd nicht mehr. Okay. Dann nochmal zurück. Ähm. Muss ich mir merken. Linkster Schild bedeutet zurück. Zu... Zu Eggelsladen. Einmal dann über die Brücke. Dann haben wir hier... Ich würd schon bald sagen irgendwie Läden. Waffen? Waffen? Schmiede vielleicht? Ich weiß es doch nicht. Ja... Auf jeden Fall sieht das nach... Shops aus. Sie müssen nachdenken... Auch wenn es so kleine Szenen sind, so die animiert sind, ich finde die ganz nett. Hey Liz, wie ist das Business? Ich bin froh, dass du irgendwo in deinem Shop gefunden hast, wo du in deinem Shop einbauen könntest. Das ist ein tolles Shop, nicht wahr? Es hat gerade dieses Haus geblieben. Es ist aber nicht so schlimm, dass du in deinem Shop keine Ahnung bist, wo du genau bist, aber innen drin sieht es nett aus. Ich dachte, du hast in diesem Shop eine Kirito-Katate-Wäuchtschöne gemacht, oder? Das war's für mich. Aber es war nicht so, dass ich noch stärker war. Das war der Dark Repulser. Das war's für die Schmerz. Was? Was sagen du so kassierig Serif? Wenn du das so an den anderen Kindern sagst, dann wird Asuna verletzt! Ich würde mich auch machen, aber... Aber es gibt nur noch Probleme. Ich möchte mit meinen Skill-Age mit meinen Skill-Age zusammenarbeiten. Ich habe gesagt, dass ich wegen der Falle der Falle die Kaji-Age-Skille habe. Deswegen müssen wir wieder zurückkehren. Wenn das nicht, dann kann ich mich als Kaji-Age sein werden. Und dann kann ich auch Kirito-Age sein. Ich bin wirklich? Warum sind Sie so sehr erinnert? Das war unsere Idee. Ah! Ich bin echt nicht. Ich habe mich auch noch etwas zu tun. Aber du bist sehr wichtig. Ich bin mir sehr wichtig. Ich bin mir für mich. Ich bin zu mir. Du wirst mir eine Schwadung machen, oder? Ah, das ist so. Danke, Kirito. Dann können wir uns auch hierher kommen? Ich bin ja gerade hier, was hast du denn hier? Dann können wir uns hierher kommen. Natürlich, ich werde versuchen, wenn ich hierher kann. Dann können wir uns hierher kommen. Ich komme hier, wenn ich kann. Bis bald, Liz. Ich bin doch gerade da, also was geht's? Ich habe mir das Gefühl, das Projekt wird sich sehr, sehr viel zu lange ziehen. Weil diese Szenen so schön lange sind. Things to do! Ja. In Trader's Way, you'll find stores selling weapons and armors. As well as useful items. Items selection will change as you progress. Make friends with the players in town and you'll be able to invite them to join you. If they're in trouble, it's a good idea to help them out. If you see a player you recognize, press the circle button to speak to them and ask if they'd like to join your party. Äh... 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 Warum sagt Asana das, obwohl sie eigentlich schon verheiratet sind? Andere Frage, hat diese Trophäe mit Freundschaften-Maxen nur damit zu tun, dass ich unten die Happiness-Leiste vollkriegen muss? Oder ist das halt quasi nur für so'n Akt? Explore with other players and make friends. By initiating conversation with the circle button, you'll gradually be able to befriend other players. Walk with another player and a yellow speech bubble may appear. Press the circle button for a special conversation that will bring you closer. You'll also be able to shop and dine with these other players or have nice sit-down-chats by pressing the x-button next to seats. We have a new message and... I'm coming! This is Elizabeth's priest who... You kind of will... Understand... But Wievikis dochDetachd... Oh my god. Enhancement and Restoration will be auto-saved Oh okay. Ich baue verschiedene Ärzte um Statuswerte zu buffen und willkommen für den Anfang sechs Stück. So, hier wird es mir eh nochmal besser erklärt. There are plenty of items that can boost your chances against the enemy, but Aure is indispensable for enhancing your weapons. Rather than searching for powerful weapons, it's a good idea to gather Aure and enable you to customize and enhance your current weapons. Enhancing weapons with Aure will increase the damage they inflict on enemies and also will allow you to add extra Abilities. 50%? Was bedeutet 50%? Es ist keine Versteigerung von 50%. Oder ist es die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich ist? Okay. If your weapon quality is between 1 and 5, you have a high chance of enhancing it. Use any Aure you have to boost your battle strength. If you have the money and supplementary materials, you can pay to have new weapons made, adding Abilities that boost accuracy evasion and more. Oh my god, sind das viele Statuswerte, wenn ich gerade... Weapons with exceptional accuracy are rare, so it's smart to get a blacksmith to forge them. They are perfect for taking on powerful foes. Okay. A weapon with accuracy enhanced by plus 10 is equivalent to boosting weapon skill by hun... W-w-w-w-what? Okay. Remember this when taking on larger foes. Okay. 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 F-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-ww-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-wa-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w.w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w...TON-D-shirts-dat-mak-mB-w-w-w-w-w-w-w-w-w-wました- удобact-m-bw-w-w!lio- biom bill knowledgeable Also das ist das Schwert, was ich jetzt habe, ich dachte ich hätte zwei Schwerter, mein Gott. Eigentlich ja schon, ne? Stärke plus 20. Evasion plus 18. Ich würde einfach mal jetzt das hier raufballern. Oh Gott, dass man jedes Mal so lange laden und sprechen muss. Ja, das war's! Äh, lassen wir einfach mal. Spare ich meine Materialien. Und deswegen haben wir am Anfang schon so viel Geld, weil wir eh drei Millionen brauchen, um jetzt das Ding zu bekommen. Das Schwert ist neuer. So von Lisbeth eine neue Mail. Don't go getting yourself hurt. We brought that request to help me out with leveling up. No pressure, just whenever you have time. I'd be honored to have your help. Only if you have time, though. You've got work to do out there. Juhuui. Okay. Ach, ich kann die tracken? Oh, okay. Das ist gut. Ich weiß nur nicht, wie das funktioniert. Und von wo kam ich jetzt? Meine Güte. Ich weiß nicht, wofür ich Brot bräuchte. Also wollte ich vielleicht einmal kaufen. So, was hast du? Hot Dogs. Ich bin fertig. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Du bist so dankbar. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, das Geld... Oh mein Gott. Knapp. Lassen wir es. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Können wir auch Waffen kaufen? Das ist irgendwie... Lass ich mir doch lieber von Lesa eine schmieden, ne? So, von wo komme ich jetzt? Das ist eine gute Frage. Wo geht's hier noch überhaupt? Also, hier waren wir ja in der Szene für Astrea gelandet. Aber wo muss ich mir erzählen? Muss ich da hinten lang? Oder komme ich von da, ey? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme von hier. Aber man muss es ja irgendwie mal testen. Man muss sich ja hier irgendwie zurechtfinden, wenn uns das Spiel keine Karte gibt. Ha, das ist etwas doof. Und natürlich komme ich von hier. Get ready for an Adventure. 2 Areas to explore. You can access 2 Destinations via the Teleport Gate, Aincrad Floors, 76 to 100, and the Secret Hollow Area. You're free to explore, either as you please, but if you're not sure about your battle skills yet, it's best to stick with Aincrad. You're pretty well leveled up already, so you may find the early floors quite easy. Oh, and the doors will get better stocked as you progress. If you're confident in your abilities, you might want to see how far you can get in the Hollow Area. Any exposure to this area's mysteries is likely to teach you something. There are powerful skills and items to be found. Exploring the Hollow Area will make your work in Aincrad a lot easier. The aim of the game. There are a wide variety of objectives in this game. Das habe ich schon gemerkt. You can choose a specific goal to go for or even set targets of your own. You can choose a specific goal to go for or even set targets of your own. Okay, let's do it. Anyway, I don't want to go for it anymore. But there... Hello? Hello? I have a Cressor too. Perfect for an adventure such as yourself. Want to take one? A girl's wish. Protect the produce. You wouldn't mind doing us a favor and getting rid of that pack of boars that are ruining our crops, would you? Oh, these weird things. 11,000 Coils. I hope I can do several things at the same time. Anything else I can help you with? Mehr Quests. Black Herb Girl. My grandma's not feeling too good. If I had some medicine herbs, I might be able to make her some medicine, but I can't find any near town. Valleherbs. A weapon made of stingers. I'm gonna need a stack of bee stingers. 12 Stück. Ah, toll. Alles klar? So. Tutorial, Turn-In-Quest. Was ist denn das denn? So, nun gibt's keine. Okay, dann nichts. Ähm, Freund Kokoa ist auch im 26. Ebene. Ja, werde ich sie wahrscheinlich finden, wenn ich mich hin-teleportiere. Ich würde sagen, das machen wir in diesem Part noch. In Visit Town. Äh... Stimmt, ich muss Stadt verlassen, ne? Okay, okay. Ähm... Ich dachte, ich könnte jetzt da hin-teleportieren, aber nein, ich kann mich ja immer nur zur Stadt-zwischenebene teleportieren oder so. Ich glaube, beim Inn, wo man dann halt ist, sollte man hingehen, rausgehen oder hier? Das passt? Das muss die 76th floor, Labyrinth. I guess I'll start by heading there. Aim for the 100th floor. Guildscreen explained. Okay. Check the Guildscreen to see how your party is doing and what your current goal is. To access the Guildscreen, press the Options button and select Guilds from the menu. On the Guildscreen, you'll be able to see how the assault on the current floor is going as well as information about your assault team. You can view info on your objectives on the current floor as well as the quiet boss information. You can also see the level distribution and overall battle strength of the members of your assault team. Manpower, Manpower, Elite, Excluded, Tote, Tote, oder auch noch? Sure. To boost your chances of survival when taking on bosses, get as many players as you can to fight by your side. The best approach for an assault team is to boost each member's strength before challenging a boss. By doing various quests, you can learn more about what a boss has got in store for you. Start by checking out the clearing strategy to get a better idea of adventure you've got in store. Here you'll find more details about Kirito and the assault team as well as your objectives on the current floor. You can view information about bosses, such as their particular characteristics, which will help you devise the best strategy to beat them. Detail about the boss in the format of enemy details will be displayed once you reach the boss room deep in the labyrinth. You'll be able to see which weapons and sword skills will be effective and what you should watch out for when you fight. Tips on how to tag on bosses, signaled with checklists, are displayed after clearing quests or defeating named Monsters and M. Make use of all the information you have at your disposal to fight bosses effectively. That's he is you this mal at the front of the boss camp, einfach mal reinschauen. Once you locate the boss room, you'll need to have a discussion with your whole assault team about whether the time is right to strike. If you gather the required info, you'll be free to take on the boss. But if you haven't yet gathered certain info on the boss, you won't be able to fight it. It is of course a veto to make it to the labyrinth, but focus on picking up info on the boss at the same time to be able to fight more effectively. You can view the assorted abilities of all the members of your current assault team. The total battle strength of your assault team will influence your effectiveness when battling a boss. As your team members' levels increase, their overall battle strength will also increase. Just like Kirito, each member of your assault team will have their own goal and motivations. As you follow Kirito on his adventure, you'll come across others on separate quests. Klingt logisch. It's a good idea to offer them assistance and help them level up, as it will boost your battle strength if they join forces with you. Also im Großen und Ganzen, wenn du wer siehst, der Hilfe brauchst, einfach mal helfen und mit ihm was machen und alles erledigen vor einem Bosskampf und dann weitergehen. Also ich weiß nicht, wann ich dieses LP beende, auf jeden Fall hundertsten Flur erreichen und Boss besiegen. Ich hab nur keine Ahnung, was ich dann zwischendurch mache mit der Hollow Area. Weil die gehört ja so gesehen nicht richtig dazu, weil's nur mal optional ist, aber Filia ist halt da und hat halt trotzdem was zur Story beizutragen. Also ich hab keine Ahnung. But the strength is indispendable, especially when battling Bosses. So be sure to help out fellow players whenever you can. Ah, da seid ihr! Ah, da seid ihr! Oder? Äh, was hab ich jetzt gemacht? Hä? Ah! Hello Kirito, good to see you. I know it's a bit sudden, but I was wondering if I could ask you a favour. I know you've got what it takes to help us. We're fighting against enemies in this area, but they're a bit tough for our party's level right now. Would you mind fighting us for a bit while we raise our levels? Find it. Ah you got it. Was, 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 was we, was? Ich weiß halt nicht, ob ich die Fests gerade schon angenommen habe, weil irgendwie... Okay, dann machen wir einfach weiter. Ja, wir sind auf jeden Fall mit uns in der Party drin. Aber hey, die Frage ist nur, wie lange ich das machen muss. Ich sehe ja deren Level momentan nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr von den brauche. Eigentlich schon. Ja, Swat-Skill kann ich leider nicht mehr machen. Ähm... Leute, wie kann ich hier überhaupt passieren? Außer wenn ich jetzt auf PS4-Menü klicke oder so ein Scheiß. Ich weiß nicht. Hab ich Biest-Dinger und so weiter erledigt? Ich weiß nicht. Oh... Gott, wie lange haben sie das hier... Sind wir gerade... Jetzt ist er wieder dabei. Okay. Ich muss... Oh Gott, das... Okay. Ich hab keine Ahnung, wie... Aber jetzt haben sie ein Level Up und das reicht anscheinend. Oh, okay. Okay. So, mit... Mit der Szene machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Bis dann, viel Spaß und tschüss. 30 Minuten reichen. Ja, C Pass command ich dir ebenklopft anyways, NonUTAS warmer. Jungen plat, demographics. Ja, ich binš five, du und kein Spotify. Ich bin Sauce Mal. Und das ist nicht 5. Untertitelung des ZDF, 2020